So, habe ich jetzt hier in dem Ding, habe ich das hier auch? So. Twitch Prime Pack abholen. Twitch Prime Abo verlängern. Uh, uh, da ist was. Auswählen. Uh. So meintest du das, oder? Oh Gott. Uh, ist das schwarz. Es dauert länger, bis man sich erschrickt. Uh. Ja, siehst du, und wenn man da so eine Löcher reiben, oh, weißt du, da kommt was. Ah. Noch langsamer. Ja, ja. Ich sehe eine 8 und ich glaube England. Puh. Eine 8? Eine Prime Icon mit einer 8? Stürmer England 89 Owen oder so? Auf jeden Fall ein Stürmer. Sehr geil. Komm, wer weiß den Namen? Stürmer England 89 Prime Campbell. Stürmer? Kann doch nur... Dann sag ich Ferdinand. Ach, Owen. Stimmt. Owen, ja. Rush? Nee, Rushes. War der nicht Flügel? Ah, Wright. Bobby oder so. Bobby Wright? Ah, hey. Kling. Na, das ist doch schon mal Bombe. Einer der schlechtesten Stürmer, die ich dir gezogen habe bisher. Ganz rechts ist Dinio. Woher weißt du denn das? Kannst du da durchgucken? Oder hast du Karma? Du fühlst es. Das ist ja... Ah, nee, da steht ein Z. Es kann noch ein Maldini werden. Es kann noch mal ein Maldini werden. Pirlo? Nee. Oh. 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 Kann es sein? Nee. Es kommt... Das kann doch trotzdem noch Cannavaro sein, oder? Ist der 90 der Prime? Nigeria hat keinen Innenverteidiger. Komm, das wäre jetzt echt krass, wenn wir nach gefühlten 37 Iconsets den Maldini für hinziehen. Du hast doch bestimmt schon ein bestimmtes Footbin gegoogelt, schnell. Nach Maldinis Schusswerten. 94er Maldini? Nee. Alter Schwede. Wir ziehen 94er Prime Maldini. Marcel's Wunsch geht in Erfüllung. Perry, grüße. Maldini Prime ist stabil? Viel Spaß, wenn wir entscheiden dann. Ach so, weil rechts noch Ronaldinho kommt. Ach du Schande. So, das ist jetzt echt der Knaller. Ihr wisst, wie lange er auf Maldini gewartet hat. Und da ist der Prime. Da, 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 da. Ui, und da kommt Barry mit einer 500er Bombe. Vielen, vielen Dank für 500 Sterne. Wir haben den Marcel gerade in Maldini gezogen, den er sich schon ewig wünscht. 500 Sterne. Dankeschön. Vielen Dank für 500. Endlich hat er ihn. Endlich keine Icon Packs mehr. Nee, ich sag mal NetWid. Das sieht irgendwie so, ich sag NetWid. Alter. Maldini Prime, Tatsache. Ach ne, wenn es stimmt, denkt ihr, ich hab auf dem Bildschirm geguckt. Aber da hieß es wirklich das... Ich sehe nur diese... Nee, ach, es ist Deutschland. Das sah eben aus wie... Deutschland? Neun? Stürmer? Äh. Klose? Klose, oder? Haben wir noch einen deutschen Stürmer? Nee, Schweini ist nicht Stürmer. Klose, ne? Machen wir die 3000 voll. Patrick, Dankeschön für 100. Balak ist auch nicht Stürmer. Balak ist noch ZM. Max Kruse. Hans, warum wir die 3000 mal voll, bitte? Danke, danke schön. Danke, Maldini. Klose, Klose. Ja, ist ein Ding eigentlich, ne? Deutschland, Eike, nur einen... ...deutschen Stürmer? Ja, mir fällt kein anderer ein. Gibt nur Klose, ne? Ja. Kl... Klose. Lose. Lose. Pace, Maldini 94, nur ein Punkt entfernt von 1,6 Millionen. Holy, doch Enka, siehste, dachte ich mir schon.